Gut, da kommt der Fährtengläser. Ja, der kommt doch gleich näher. Mann, wir müssen uns jetzt halt überlegen, wie wir das Ganze hier machen. Ich würde ungern jetzt hier angreifen, weil da sind drei Stück nebeneinander. Ja, obwohl, ich will mal gucken, wenn ich den jetzt schiebe, wird wahrscheinlich der hier kommen. Ja, gut. So, dann holen wir uns den, unseren ersten Held. Wie viel brauchen wir da? 15. Und wir haben keinen Mana mehr. Da müssen wir aufpassen. 15 brauchen wir. Okay. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt gucken, wir greifen den, also den hier schieben wir, den anderen, seinen Büchstel greifen wir an. Ja. Anders können wir es gerade nicht machen. So, kurz warten, bis der weg ist. Ah, zieh nicht in Sicht, geht's noch. Ey. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay. Nein. Wow, wo kommt denn der da hinten her? Ist das jetzt schon Respawn? Nein. Das scheint hier schon Respawn zu sein. So lange stehen wir hier doch noch gar nicht. Ist egal, wenn ich den jetzt nicht plündere. Ja, schauen wir den zu plündern, ohne aufzufallen. Ja. So, dann werden wir jetzt hier wieder. Den kann ich jetzt direkt angreifen. Der hält eh nicht lang aus. Echt jetzt? Alter, willst du mich verarschen? Schieb, 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 schieb. Boah. Halleluja. Ey, der Typ steht so weit weg. Nein. Jetzt ist er gleich wieder nach. Ich schieb den jetzt hier. Und dann greife ich den hier an. Ey, der Typ steht so weit weg. Und dann bin ich mit der Typ steht, Und dann bin ich mit der Typ steht. Und dann bin ich mit der Typ ist der Typ steht. So, Beulengras. So, da ist ein Held der Blackrocks. Ja, das Problem hierbei ist jetzt, wir brauchen ja nur Held der Blackrocks. Der Pferdenleser kommt gerade zum Eingang. Stellen wir uns mal hier hin. Ja, wenn der hier vorne steht, kann der andere eigentlich nicht sehen, wenn ich den angreife. Ja, der ist zu weit weg. Gut, den hier. Und da ist er auch schon wieder Respawn. Alter, Spiegel. Ist auch nicht mehr normal. So, du darfst geschiebt werden. Ja, komm her. Jo, mein Kleiner. Fein machst du das. Nein. Ich habe gedacht, der da hinten kommt jetzt. Achso, wir müssen ja hier vielleicht auch mal wieder das erneuern. Ja, das wird schwierig hier drin. Nicht, weil die Mobs zu stark wären, sondern weil hier eine Menge Mobs rumlaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Fünf haben wir jetzt schon. Sehr schön. Ja, da ist wieder einer, den wir nicht brauchen. Da hinten ist noch ein Held. Ich würde sagen, wir gucken erst mal rechts rum. Weil hier, die stehen so nah beieinander. 100 pro, wenn ich einen von der, äh, wenn ich vorne den angreife, kommt der andere dazu. Da ist ein Held. Fährtenleser, alter, lass mich mit den scheiß Fährtenlesern. Und wie heißen die anderen? Zauberer. Inruh. Beschwörer heißen die. So, hier. Da sind zwei Helden. Sehr schön. So, wieder Recken. Ja, sieht eigentlich recht gut aus. Sieben Stück haben wir bisher. Wir sind jetzt seit, ja, waren wir denn aufgehört? In der Höhle haben wir nicht aufgehört. Wir hatten draußen aufgehört, gell? Wir sind jetzt seit ungefähr sechs Minuten hier in der Höhle. Passt doch. Und immer wieder nach hinten gucken. Wir wollen ja keine böse Überraschung haben, ne? Ja. Interessant wird's, wenn wir gleich hier aus der Höhle raus wollen. Echt jetzt? Alter. Alter. Ja, ich sollte öfters mal aufs Mana gucken, bevor ich einen angreife. Ja, beim Rausgehen dann, haben wir drei Möglichkeiten. Die erste wäre, wir kämpfen uns den Weg raus, was natürlich ewig dauert. Die zweite wäre, wir sterben, Friedhof wiederbeleben, zehn Minuten, Wiederbelebungsscheißdreck da. Kassieren. Und die dritte wäre, Wohlstein. So, den hier wollen wir wieder schieben. Nein. Boah. Kommt der rum? Ja, der kommt rum. So. Das wäre fatal geworden. Schieben. So, er kriegt einen Feuerball ab und dann Arkane Geschosse. Gut. Da ist ein Held wieder. Wir recken erst noch. Ah, und da ist auch so einer. Ach, Leute. Was soll denn die Kacke hier? Ich hasse es. Ich hasse es bis zum Gehtnischmehr. So, wir machen das so. Wir schieben den hier. Wir schieben den hier. Oh, okay. Hallo. Hallo. Puh. Da müssen wir jetzt aufpassen. Alter. Ich muss den Drang nehmen. Ich wollte mir den eigentlich aufheben. Glück gehabt. So, wir sind hier oben. Ich will jetzt mal gucken. Da unten. zwei Helden. Der eine, der läuft die ganze Zeit hin und her. Ich will kurz mal beobachten, wie der läuft hier. Okay, der läuft hier unten entlang. Und der dreht hier. Alles klar. Heißt, wir können hier runter springen. Wir können den hier festfrieren. Gehen hier hin. Und dann kehren wir erst mal den hier. So, sehr schön. Jetzt warten wir kurz, bis der eine hier lang gelaufen kommt. Da kommt er. So, angreifen. Da, widerstanden. Du hast einen Schlag auch nicht gehört, oder? Gut. Wir machen dann morgen weiter. Uns fängen hier nur noch zwei Stück. Drum��. forestiert dort.